Dass ETFs das beste Mittel sind, um langfristig als Privatanleger mit Aktien Rendite zu machen, das hört ihr auf unserem Kanal rauf und runter. Aber ist es wirklich so, dass ETFs eine Allzweckwaffe sind, also für jeden und zu jeder Zeit als Geldanlage geeignet? Zum Beispiel auch, wenn ihr später mal eine Immobilie haben wollt? Wann ihr nicht in ETFs gehen solltet, das zeige ich euch heute an vier typischen Situationen. Ich bin Saidi von Finanztipp, viel Spaß dabei. Mir wird ja öfter vorgeworfen, dass ich ETFs einseitig über den grünen Klee loben würde. Das stimmt aber nur insofern, als ich sage, dass ETFs langfristig ein super Anlageinstrument sind. Und langfristig bedeutet bekanntermaßen, dass ihr 15 Jahre Zeit mitbringen müsst. Wenn wir jetzt die vier Situationen durchgehen, in denen ETFs keine gute Idee sind, dann sind immer diese 15 Jahre das Problem. Denn 15 Jahre sind schlichtweg einfach eine verdammt lange Zeit. Könnt ihr wirklich absehen, dass ihr in dieser Zeit nicht an das Geld ran müsst? Dass sich euer Leben nicht vielleicht ändert, dass ihr aber vielleicht doch mal eine eigene Immobilie haben wollt? Klar, ETFs sind liquide, ihr könnt jederzeit ran. Die Frage ist aber, zu welchem Kurs? Eventuell mit Verlust mitten in einer Börsentalfahrt? Das ist ja genau das, was wir vermeiden wollen. Situation Nummer 1. Ihr habt einen ETF-Sparplan, aber gleichzeitig merkt ihr, dass ihr dauernd an eure Notgroschen auf eurem Tagesgeldkonto ran müsst. Eigentlich kann man gar nicht wirklich von einem Notgroschen sprechen, sondern ihr bestreitet einfach bestimmte Ausgaben über eure Notgroschen. Ihr schafft es einfach nicht, ausreichend kurzfristige Rücklagen aufzubauen. Die Lösung dafür ist noch relativ einfach. Euer ETF-Sparplan ist schlichtweg zu hoch. Ihr könnt ihn ja jederzeit runtersetzen oder sogar ganz aussetzen. Und dafür euren Dauerauftrag auf euren Notgroschen, auf euer Tagesgeldkonto, den ich ja empfehle, raufsetzen. Dafür müsst ihr aber noch keine ETF-Anteile unbedingt verkaufen. Die könnt ihr einfach auf eurem Depot liegen lassen. ETF-Anteile verkaufen, das ist erst dann angesagt, wenn ihr anderweitig mit euren Ausgaben einfach nicht hinkommt. Langfristiger Vermögensaufbau, der muss einfach hinten anstehen, wenn der finanzielle Alltag nicht funktioniert. Situation Nummer 2, in die ihr nicht in ETFs gehen solltet. Ihr seid auf euer Auto angewiesen und schafft es aber nicht, ausreichende Rücklagen aufzubauen, um eure alte Karre in ein paar Jahren mal zu ersetzen. Da ist der erste Gedanke wahrscheinlich, na, dann finanziere ich halt mein nächstes Auto. Die Zinsen sind ja eh so günstig. Also sprich, jetzt in ETFs gehen und später nächstes Auto Kredit aufnehmen. Da hängen jetzt aber ein paar Dinge dran. Erstens raten wir davon ab, für Konsum einen Kredit aufzunehmen. Ein Auto, das nutzt sich über die Zeit einfach ab und ist damit praktisch so etwas wie Konsum. Es ist eben keine Investition wie eine Immobilie. Ein wichtiger Unterschied. Ein Kredit, das ist immer ein Vorgriff auf zukünftiges Einkommen und hängt euch psychologisch gesehen wie so ein Klotz am Bein. Zweitens geht ihr, vielleicht unbewusst, folgendes Risiko ein. Ihr rechnet vielleicht damit, dass ihr auf euren Autokredit später mal einen niedrigeren Zinssatz zahlen müsst, als was ihr jetzt mit eurem ETF erzielt. Also praktisch, Autokredit, der kostet nur 3% und mit dem ETF mache ich 7%. Sagt Saidi doch immer. Ja, Freundin der Nacht. Wer so rechnet, der vergleicht aber Äpfel mit Birnen. Die 3% Zinsen auf den Autokredit, die sind dann sicher, auf die werdet ihr verhaftet. Die 7% beim ETF, die sind aber nur ein Mittelwert und die schwanken erheblich. In der schlechtesten 15-Jahresperiode auf den MSCI World, da waren es gerade mal 1,3% pro Jahr. Gut, und in der besten waren es sogar 14% pro Jahr. Und drittens, wenn ihr erst in ein paar Jahren ein neues Auto braucht und damit dann erst einen Autokredit, kann es schlichtweg sein, dass die Zinsen auf Autokredite bis dahin ordentlich gestiegen sind. Danach sieht es zwar nicht aus, aber sicher ist da nichts. Heißt also, den Dauerauftrag auf euer Tagesgeldkonto so einstellen, dass sich da genügend Rücklagen für ein nächstes Auto ansammeln. Und einen ETF-Sparplan nur dann zusätzlich machen, wenn ihr überhaupt noch Spielraum habt. Und mit einem Autokredit nur dann planen, wenn ihr dieses Risiko, das damit verbunden ist, wirklich bewusst eingehen wollt. Unsere dritte Situation, in der ihr eher nicht in ETFs investieren solltet, ist vielleicht die wichtigste. Ihr habt so im Hinterkopf, dass ihr irgendwann mal eine eigene Immobilie kaufen oder bauen wollt. Wenn ihr schon so weit seid, dass ihr konkret nach Objekten schaut, dann seid ihr wahrscheinlich auch schon dabei, euer Eigenkapital irgendwie zusammenzukratzen. Aber bei vielen von euch, da ist das Thema Immobilie vielleicht eher so etwas Unklares am Horizont. Aber vielleicht so ein Traum, etwas, was ihr euch eigentlich wünscht. Und das ist genau der Punkt. Dann ist nämlich auch die Wahrscheinlichkeit hoch, dass ihr das irgendwann mal auch umsetzen werdet. Vielleicht nicht morgen, aber eine eigene Immobilie vielleicht in fünf Jahren oder in acht oder in zehn Jahren. Aber das sind so Zeiträume, fünf bis zehn Jahre, wo wir die Gefahr, dass ihr mit einem ETF-Verlust macht, noch als relativ groß einschätzen. Zur Erinnerung bzw. Warnung. Seit 1975, wenn wir da den schlechtesten fünf-Jahres-Zeitraum nehmen, da hat ein ETF auf dem MSCI World im Schnitt minus neun Prozent pro Jahr verloren. Da ist also mal die Hälfte vom Geld weg. Und selbst der schlechteste zehn-Jahres-Zeitraum, der nämlich die beiden Crashes von 2001 und 2008 beinhaltet, da waren es immer noch minus 4,4 Prozent pro Jahr im Schnitt. Das Problem ist also folgendes. Wenn ihr noch am Anfang eures Berufslebens steht und euch sinnvollerweise mit eurer Altersvorsorge auseinandersetzt, dann müsst ihr eine Entscheidung treffen, nämlich ob ihr in fünf bis zehn Jahren mal eine Immobilie haben wollt. Ich weiß, das ist eine ziemlich schwierige Entscheidung. Vor allen Dingen, wenn so Sachen wie Familienplanung noch alles andere als klar sind. Aber das Problem ist, die Niedrigzinsphase, die wir zurzeit haben, die zwingt uns zu solchen frühzeitigen Entscheidungen. Denn für den mittelfristigen Anlagezeitraum, also so auf Sicht von fünf bis acht Jahren sagen wir mal, da gibt es praktisch keine sinnvollen Geldanlagen mehr. Wir bei Finanztip empfehlen ja für kurzfristige Geldanlagen Tagesgeld und Festgeld. Festgeld so bis drei Jahre. Und dann langfristig, auf Sicht von 15 Jahren eben, ETFs. Und das Risiko in eurer gesamten Geldanlage steuert ihr darüber, welchen Anteil ihr in ETFs steckt. Für eine Immobilie, da braucht ihr jede Menge Eigenkapital. Die generelle Richtschnur sind 20 Prozent. Das bedeutet, bei einem Kaufpreis von 300.000 Euro für die Immobilie wären das 60.000 Euro Eigenkapital. Selbst wenn ihr nur die Kaufnebenkosten aus eurem Eigenkapital bestreitet, also Grunderwerbsteuer und Notar und so weiter, reden wir trotzdem ganz schnell von mehreren 10.000 Euro. Und da ist die Gefahr einfach groß, dass ihr nicht genug Eigenkapital zusammenbringt und dann doch an euer ETF-Depot ran müsst. Und da ist auf Sicht von fünf bis zehn Jahren wiederum die Gefahr groß, dass das ganz schön ordentlich im Minus ist. Ich will sagen, um gleichzeitig in ETFs zu investieren zu können und eine Immobilie zu planen, da müsst ihr euch schon sehr sicher sein, dass ihr neben den ETFs genügend Eigenkapital für die Immobilie zusammenbekommt. Und dabei habt ihr das Problem, dass ihr gar nicht so richtig wisst, wie teuer eure Immobilie mal sein wird. Denn Immobilien, die werden immer teurer als geplant, weil man dann halt doch mehr machen muss, als man denkt. Alternativ dazu könnt ihr natürlich bewusst das Risiko eingehen, also hoffen, dass euer ETF-Depot zum richtigen Zeitpunkt dann im Plus ist. Dieses Risiko, das wird immer geringer, je später ihr euch mit dem Thema Immobilie dann wirklich konkret befasst. Für die meisten von euch ist es wahrscheinlich der beste Tipp, euer Eigenkapital für die Immobilie ganz schlicht auf Tagesgeld und Festgeld anzusparen. So langweilig das auch ist und so wenig Zinsen es auch darauf gibt. Übrigens bedeutet das auch, dass die meisten langfristigen Altersvorsorgen, wie zum Beispiel Rentenversicherungen, ebenfalls nicht zum Plan für eine Immobilie passen. Einzige Ausnahme, ein Wohn-Riester-Vertrag als Fondsparplan und zwar bitte ohne Abschlusskosten und auch nur dann, wenn sich die Förderung für Riester wirklich für euch lohnt. Für das Problem, dass ihr Geld auf Sicht von fünf bis zehn Jahren anlegen bzw. ansparen wollt, gibt es noch eine andere Lösung, die aber psychologisch gesehen ziemlich schwierig ist. Ihr teilt euer Geld, wie von Finanzdebemfohlen, auf Tagesgeld, Festgeld und ETF auf. Und den Anteil auf die ETFs, den haltet ihr relativ niedrig. Und ab dann in der Zukunft schaut ihr euch immer die Gesamtrendite auf euer Vermögen an und nicht die Rendite auf den ETF gesondert betrachtet. Wenn ihr euer Geld wie folgt aufteilt, 30% Tagesgeld, 30% Festgeld und 40% in weltweit anlegende ETFs, dann hättet ihr in der Vergangenheit, genauer gesagt seit 1975, im schlechtesten Fall, also in den miesesten fünf Jahren, immerhin nur ein Minus auf alles gerechnet von sieben Prozent eingefahren. Das heißt, 93% des Geldes wären dann noch da gewesen. Und über zehn Jahre, über die schlechtesten zehn Jahre im MSCI World, wäre es immerhin schon, auf alles gerechnet, ein Plus von drei Prozent gewesen. Das heißt, selbst bei den miesesten zehn Jahren, die es überhaupt gab seit 1975, hättet ihr kein Minus gemacht. 40% in weltweit anlegende ETFs. Das scheint also auf Sicht von fünf bis zehn Jahren noch ein vertretbares Risiko zu sein. Das Problem ist aber, die wenigsten Leute, die gucken sich die Rendite auf ihr Gesamtvermögen an, sondern die schauen auf ihr ETF-Depot. Und das wäre nach den schlimmsten fünf Jahren 40% im Minus gewesen. Und über diese schlimmsten zehn Jahre immer noch minus 35%. Und deshalb ist es eben schwer für euch, so diszipliniert zu sein, sich zu denken, ach, wenn ich jetzt Tagesgeld und Festgeld noch mit einrechne, dann bin ich insgesamt nicht so sehr im Minus. Das ist das psychologische Problem, von dem ich vorhin gesprochen habe. Unsere vierte und letzte Situation, wann ETFs nicht so viel Sinn für euch machen, ist von ähnlicher psychologischer Natur. Ihr seid aus den letzten zehn Jahren praktisch nur Gewinne gewöhnt. Aber wenn ihr ernsthaft in den Spiegel schauen würdet, dann müsstet ihr euch eingestehen, dass ihr mit zwischenzeitlichen Verlusten nicht wirklich klarkommen würdet. Natürlich hat der ganze ETF-Boom auch damit zu tun, dass die Börse seit zehn Jahren praktisch nur eine Richtung kennt, aufwärts. Und wenn ihr schon ein paar Jahre dabei seid, dann werdet ihr wahrscheinlich auch ein paar nette Gewinne in eurem Depot haben. Aber schaut euch mal unser Video zum Thema, wie geht es mir mit meinem ETF in der Börsenkrise an? Dann habt ihr vielleicht eine Vorstellung davon, was euch emotional blüht, wenn es mal wirklich kracht. So sehr ich dafür plädiere, in ETFs mutig reinzugehen und den Sturm bei Zeiten auszusitzen, schätzt euch selbst dabei realistisch ein. Denn es ist einfach so, dass nicht jeder von euch dafür gebaut ist, 30 Prozent und mehr Verlust auszuhalten. Stellt euch das mal vor, dass euer Depot mehrere tausend Euro im Minus ist. Könnt ihr dann noch ruhig schlafen? Wenn das nicht der Fall ist, dann ist es vielleicht eine gute Idee, wenn ihr von ETFs die Finger lasst oder auch jetzt verkauft, wo euer Depot vielleicht noch schön im Plus ist. Oder ihr geht auf einen kleineren ETF-Anteil runter oder bleibt dort. Die generelle Richtschnur kann sein, wie viel Verlust in absoluten Euros gerechnet seid ihr bereit zu ertragen. Damit will ich übrigens nicht sagen, dass demnächst ein Börsencrash kommt oder dass ich weiß, wann der kommt. Es geht vielmehr darum, dass zum Investieren an der Börse und in ETFs diese Verlusttoleranz, die Bereitschaft zum langen Warten einfach dazugehört. Und wenn ihr noch keine Krise mitgemacht habt, dann wird es höchste Zeit, dass ihr euch zumindest geistig mit der mal auseinandersetzt. Links findet ihr unser Grundlagenvideo, wie ihr eure Geldanlage nach dem Keep-it-Simple-Prinzip aufbaut und unsere Playlist zu ETFs, wo ihr alles Wesentliche über diese Anlageform erfahrt und warum sie trotz aller Risiken so aussichtsreich ist. Vielen Dank heute fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.